Wegen der großen Salzmenge braucht man sich auf keinen Fall Sorgen machen. Die meisten haben eher einen Mangel an zu gutem Salz und hochwertiges Salz hat auch sehr, sehr viele positive Wirkungen auf dem Körper. Zum Beispiel regt es die Verdauung an, regt die Magensäureproduktion an, wirkt antiparasitär, gleicht den Blutdruck aus und so weiter. Hallo, mein Name ist Jörn Schumann, ich bin ganzheitlicher Ernährungs- und Gesundheitsberater und ich heiße dich recht herzlich willkommen zu meinem neuen Video in meiner Videoreihe Borreliose natürlich heilen und heute habe ich ein spannendes Thema mitgebracht und zwar die sogenannte SC- oder Salz-C- oder Salz-Vitamin-C-Therapie. Worum geht es? Es geht darum, Borrelien durch hohe Mengen an Salz und Vitamin-C schrittweise auszulöschen bzw. unschädlich zu machen. Und wie das Ganze funktioniert, worauf man achten sollte und so weiter, das schauen wir uns im heutigen Video an. Was passiert, wenn man dem Körper große Mengen an Salz und Vitamin-C zuführt? Laut meinen Quellen, die ich gelesen habe und den ganzen Erfahrungsberichten dazu im Internet, ist es folgendermaßen. Und zwar erleiden die Borrelien einen sogenannten osmotischen Schock durch diese großen Mengen Salz und Vitamin-C im Körper. Wie kann man sich das vorstellen? Das kann man sich so vorstellen, als wenn man einen Süßwasserfisch in Salzwasser setzt. Der wird dort nicht lange überleben, weil überhaupt nicht mit der Struktur des Wassers bzw. den ganzen Minereien, Elektrolyten, die da drin gelöst sind, zurechtkommt und dann einfach zugrunde gehen wird. Auch andersrum wäre es so, wenn man einen Salzwasserfisch ins Süßwasser setzt und dort halt eine ganz andere Struktur herrscht, dass der dann zugrunde gehen wird. Und diesen Mechanismus macht man sich bei den Borrelien zu schaffen. Durch diese sehr, sehr großen Mengen Salz und Vitamin-C beginnen die Borrelien auszutrocknen und dann schrittweise abzusterben bzw. sind sie für das Immunsystem leichter zu packen, weil sie nicht mehr so intelligent sind bzw. nicht mehr so stark sind und können dann schneller oder leichter beseitigt werden. Ein weiterer Vorteil nach dem, was ich so gelesen habe, ist, dass diese SC- oder Salz-C-Therapie bei allen Borrelienformen wirksam sein soll. Also egal, ob es jetzt die Spiroschätenform ist oder die Kugelform oder eine andere Form, soll es so wirken, dass dieser osmotische Schock zustande kommt bzw. dass dieses Austrocknen und Absterben in Gang gesetzt wird, wenn man das Ganze halt richtig durchführt. Und auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass auch Co-Infektionen wie zum Beispiel Chlamydien damit auch sehr, sehr gut behandelt werden können bzw. es denen ähnlich ergeht wie den Borrelien. Das Thema Co-Infektionen ist auch noch ein spannendes Thema. Das wird vielleicht nochmal in einem späteren Video kommen. Es gibt naturherkundlich orientierte Ärzte oder ganzheitliche Ärzte, die sehr viele Borreliose-Patienten geheilt haben oder behandelt haben und häufig haben diese festgestellt, dass wenn Leute mit Borrelien befallen sind, dass die auch Co-Infektionen wie zum Beispiel Chlamydien haben. Und wie gesagt, nach all dem, was ich so gelesen habe, soll diese Salz-C-Therapie oder SC-Therapie auch gegen diese ganzen Co-Infektionen sehr gut weiterhelfen. Plus ein weiterer Punkt ist, dass die Anzahl der weißen Blutkörperchen gesteigert wird und somit das Immunsystem noch aktiver, noch stärker wird und das natürlich auch einige Vorteile bringt bei der Beseitigung von den Borrelien. So, gucken wir uns mal an, wie man das am besten in der Praxis umsetzt. Also, wie man vielleicht schon raushören kann, braucht man Salz und Vitamin C und dabei auch noch ein paar andere Sachen. Also, man braucht Salz, da würde ich auf sehr, sehr hochwertiges Salz setzen, also mindestens mehr Salz, besser noch Stein- bzw. Ursalz. Dann nutzt man für das Vitamin C einmal die synthetische Ascorbinsäure und gibt noch ein natürliches Vitamin C dazu. Die klassische Form ist so, man nimmt Salz, man nimmt Ascorbinsäure und man nimmt den Saft einer Zitrone. Gibt das zusammen, füllt das in ein Gefäß mit Wasser auf und trinkt es über den Tag verteilt. Das mit der Ascorbinsäure war, ich bin eher so ein Freund davon, die natürlichen, also die Vitamine in den Reihen und so weiter aus natürlichen Quellen zu nehmen, aber, wie gesagt, dieses Protokoll oder diese Maßnahme wurde halt sehr erfolgreich mit der Vitamin C-Form Ascorbinsäure durchgeführt und man muss dazu sagen, wenn man Ascorbinsäure mit einem gewissen Prozentsatz natürlichen Vitamin C verbindet, was zum Beispiel in dem Saft der Zitrone oder zum Beispiel Vitamin C-Kapseln aus Acerola oder Hagebutten-Extrakt oder Kamu-Kamu, dass dann die Ascorbinsäure ihr volles Wirkungsspektrum trotzdem entfalten kann im Körper. Wie dosiert man das Ganze? Also, man sollte anfangen mit recht niedrigen Dosierungen von ca. 1-3 Gramm pro, also von ca. 1-3 Gramm von jeweils von dem Salz und von der Ascorbinsäure. Also dieses Steinsalz und die Ascorbinsäure werden immer in gleicher Menge gegeben und man sollte halt sehr langsam starten, vor allem bei Leuten, die schon große Symptome haben oder große Probleme haben, sollten da vorsichtig anfangen und das Ganze Stück für Stück steigern. Was ist die Maximaldosis? Habe ich hier auch mit drauf, sieht man aber glaube ich nicht mehr. Also die Maximaldosis ist ganz einfach, da gibt es eine Formel und zwar 0,17 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also jeweils von dem Salz und von der Ascorbinsäure. Das heißt, man kann sie einfach in den Taschenrechner eintippen. Für das Beispiel 75 Kilo wären es 75 mal 0,17 und dann kommt man auf 12,75, also knapp 13 Gramm jeweils. Das sind schon große Mengen und wahrscheinlich wird deswegen auch die Ascorbinsäure genutzt und das halt mit dem natürlichen Vitamin C verstärkt. Genau. Und wie man das Ganze zusammen mischt, das zeige ich euch auch noch in der Küche. Das gucken wir uns jetzt gleich nochmal genauer an. So, wie mischt man sich das Ganze zusammen? Also man braucht einmal ein Gefäß natürlich. Ich nehme einfach so eine Flasche mit passierten Tomaten, also eine leere Flasche von den passierten Tomaten. Dann destilliertes Wasser, wichtig. Ich verlinke euch auch mal unten das beste Destilliergerät. Dann braucht man, wie gesagt, Salz, am besten Ursalz, mindestens, also Ursalz beziehungsweise Steinsalz, mindestens Meersalz, kein Speisesalz. Ascorbinsäure, also Vitamin C, Pulver. Und dann das Originalrezept dazu ist noch den Saft einer Zitrone. Für mich, ich habe mir was anderes ausgedacht, ja, warum erkläre ich gleich. Wie sieht es mit den Dosierungen aus? Also, man kann davon ausgehen, dass, man kann es natürlich mit der Digitalwaage abwiegen. Ich habe jetzt die Faustformel ungefähr, dass ein Teelöffel Salz entspricht 5 Gramm. Und ein Teelöffel von dem Vitamin C-Pulver entspricht ca. 3 bis 4 Gramm. Ich werde jetzt von beiden so 10 Gramm nehmen. Wie man die Dosis errechnet, habe ich ja schon gezeigt. Gefäß muss man natürlich aufmachen. So, das heißt, ich nehme 2 Teelöffel Salz. Dann nehme ich hiervon ca. 3 Teelöffel oder 2,5 Teelöffel. Hier ist zwar auch so ein Messlöffel dabei, aber hier steht, doch, hier ist quasi so ein Dosierlöffel dabei. Das sind 120 Milligramm. Also, da müsste ich jetzt quasi fast, ja, 100 von diesen kleinen Dosierungslöffel hier nehmen. Das ist mir persönlich ein bisschen zu anstrengend. Und deswegen nehme ich einfach so knapp 3 Teelöffel von der Ascobinsäure. Meiner Meinung nach muss das nicht auf das Milligramm genau passen. Aber so kann man davon ausgehen, dass die Dosierungen erreicht sind. Also, da bin ich jetzt bei 10 Gramm Salz, bei ungefähr 10 Gramm Ascobinsäure bzw. Vitamin C. Und Originalrezept, wie gesagt, ist noch Saft einer Zitrone dazu. Warum? Weil da natürliches Vitamin C mit drin ist und das dann deutlich effektiver ist als die Ascobinsäure allein. Ich bin ja sowieso immer ein Freund von den natürlichen bzw. naturidentischen Substanzen. Und da ist zwischen Ascobinsäure und natürlichen Vitamin C gibt es da schon einen Unterschied. Aber es gibt auch Studien in die Richtung, dass die Wirksamkeit genauso sein kann, wenn halt ein gewisser Teil von dem natürlichen Vitamin C dabei ist. So, ich habe das auch damit gemacht, habe allerdings, also mir war das unangenehm an den Zähnen, also bei mir ist die Zähne zu stark angegriffen. Deswegen, ja, habe ich mir einfach ein natürliches Vitamin C-Pulver genommen. Ich in dem Fall jetzt Kamu-Kamu. Erstens, es greift die Zähne nicht so stark an. Und zweitens, in einem Teelöffel davon ist deutlich mehr Vitamin C als in dem Saft einer Zitrone. Also, so viel steht fest. Und davon mache ich mir jetzt quasi auch noch einen Teelöffel rein. Man muss wissen, das schmeckt jetzt, ja, ein bisschen bitter, sage ich mal. Also, ist schon was für Feinschmecker, aber man kriegt es auf jeden Fall locker runter. Genau, dann zumachen, kräftig schütteln und über den Tag verteilt trinken. Am besten so vor den Mahlzeiten, also beziehungsweise mit Abstand zu den Mahlzeiten. Und genau, noch ein kleiner Tipp zur Ascorbinsäure. Also, wenn man das erstmal testen will, würde ich euch raten, einfach aus der Drogerie, zum Beispiel im Rossmann oder DM gibt es das, das zu nutzen. Und wenn man es in größeren Mengen dann nimmt oder über eine längere Dauer, da kann man sich auch mal ein Kilo Ascorbinsäure bei Amazon bestellen, kommt man dann deutlich günstiger weg. Oder zumindest etwas günstiger. Ansonsten, ja, wird das jetzt hier geschüttelt und dann über den Tag verteilt getrunken. Und damit hat man eine sehr günstige Möglichkeit, effektiv Borreliose zu bekämpfen. Natürlich würde ich mich nicht allein darauf verlassen, sondern das noch mit anderen Dingen kombinieren. Zum Beispiel mit der Frequenztherapie, dazu wird auch noch ein Video bald kommen und auch mit ganz vielen anderen Maßnahmen. So, ich genehmige mir jetzt erstmal einen Schluck davon. Nochmal kurze Kostprobe. Natürlich vorher immer schön schütteln, konnte ich jetzt nicht machen mit einer Hand, beziehungsweise den Deckel mit einer Hand aufmachen, ist ein bisschen schwierig, weil ich in der anderen Hand die Kamera halte. Ja, schmeckt halt, wie zu erwarten es, etwas salzig und halt, ja, etwas säuerlich. Wegen der großen Salzmenge braucht man sich auf keinen Fall Sorgen machen. Ja, die meisten haben eher einen Mangel an zu gutem Salz und hochwertiges Salz hat auch sehr, sehr viele positive Wirkungen auf den Körper. Zum Beispiel regt es die Verdauung an, regt die Magensäureproduktion an, wirkt antiparasitär, gleicht den Blutdruck aus und so weiter. Aber vielleicht später nochmal mehr dazu. Prost und viel Spaß beim Nachmachen. Und ich habe hier gerade noch einige Videos aufgenommen, also ich glaube noch vier weitere Videos zum Thema Borreliose. Da wird bald noch einiges kommen, also haltet die Ohren und Augen offen. Worauf sollte man noch achten? Wenn man dann diese großen Dosierungen nimmt oder selbst schon bei kleinen Dosierungen, kann es sein, oder ist es sehr, sehr gut möglich, dass halt Borrelien absterben, beziehungsweise die Gifte, die die noch aussenden, dass die halt im Körper ja freigesetzt werden und das dann zu großen Problemen, Entgiftungskrisen oder der sogenannten Herxheimer Reaktion kommen kann. Was man dagegen machen sollte, man sollte halt gute Bindemittel einnehmen. Zum Beispiel solche Sachen wie Ceolid, wie zum Beispiel ein gutes Chlorella-Präparat aus Deutschland und aus Glasröhrensystemen würde ich jedem ans Herz legen. Oder Aktivkohle ist auch super. Das sind so zum Beispiel drei Substanzen, mit denen man diese Gifte sehr gut binden und ausscheiden kann. Dann ist es natürlich wichtig, sich nicht nur auf diese eine Maßnahme zu beschränken, sondern auch allgemein das Immunsystem mit allen möglichen anderen Sachen zu stärken. Das habe ich schon in einigen Videos erklärt. Also man sollte natürlich auf eine sehr, sehr intelligente Ernährung achten. Mit vielen Bitterstoffen, vielen Wildkräutern, viel Grünzeug, viel Gemüse, die richtigen Fette, Sprossen, Keimlinge und so weiter. Brauche ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Dann sollten keine Nährstoffmängel im Körper sein. Man sollte gut gesättigt sein mit diversen Mineralien, guter Vitamin-D-Spiegel, guter Jod-Spiegel, guter B12-Spiegel und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig für ein funktionierendes Immunsystem. Natürlich sollte die Darmgesundheit auch stimmen. Also diese ganzen Aspekte sind auch zu beachten, damit diese Therapieform noch effektiver wirkt bzw. richtig arbeiten kann. Diese Form der Therapie, also die SC bzw. Salz-Vitamin-C-Therapie, habe ich in vielen Büchern gelesen und auch viel bei meinen Recherchen im Internet, dass es da teilweise sehr, sehr gute Erfahrungsberichte gibt. Also nicht nur teilweise, sondern sehr viele gute, positive Erfahrungsberichte von Leuten, die Jahre oder Jahrzehnte richtig große Probleme hatten. Und nachdem sie das umgestellt haben, natürlich mit anderen Sachen dazu, aber als sie das eingesetzt haben, dass es für sie eine Art Gamechanger war und da riesige Vorteile, Fortschritte dadurch erreichen konnten im Hinblick auf ihre Borreliose-Krankheit. Was ich so gelesen habe, ist, dass wenn man das ein, zwei Jahre wirklich durchzieht am Stück, dass dann, also bei vielen Erfahrungsberichten ist es so, dass dann wirklich fast alle Symptome abgeklungen sind. Ich bin aber, ich bin mir sicher, dass man schon die ersten positiven Dinge spürt, wenn man das halt auch mal über ein paar Monate durchzieht oder ein paar Wochen. Ich muss sagen, ich habe es selber erstmal ein paar Wochen am Stück gemacht. Ich werde das immer mal wieder integrieren. Ich habe halt noch viele andere Sachen gemacht. Ich habe mit verschiedenen Wärmetherapien gearbeitet, mit verschiedenen Tekturen oder ganz vielen anderen Sachen. Das werdet ihr auch noch in den nächsten Videos alles erfahren. Aber was ich so gelesen habe, wirklich, wenn man da mal ein, zwei Jahre durchzieht, beziehungsweise es immer mal wieder einbaut, kann man da schon viel erreichen. Was ich schon gesagt habe, man sollte es natürlich auch mit anderen Ansätzen verbinden. Welche das sein könnten, dazu kam schon einiges, beziehungsweise dazu wird noch vieles kommen. Zum Beispiel mit Hitzetherapie, mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit speziellen Tinkturen, mit Frequenztherapie und so weiter. Frequenztherapie ist ein gutes Stichwort. Und zwar, laut meinen Recherchen reagiert, also wirken diese SC-Therapie sehr gut, wirkt die sehr gut zusammen mit der Frequenztherapie. Und, also das heißt, die wirken synergetisch zusammen. Das eine verbessert die Wirksamkeit des anderen und umgedreht. Und, das ist so, weil halt durch diese, dadurch, dass die Körperflüssigkeit oder das Milieu, beziehungsweise die Zusammensetzung ein bisschen sich ändert, durch diese großen Mengen an Salz, beziehungsweise die ganzen Spurenelemente, die da noch dabei sind, und das Vitamin C scheint es so zu sein, dass, wenn man halt mit den speziellen Frequenzen vorgeht, die gegen Borillien arbeiten oder diese Schwächen zerstören und so weiter, dass dann das noch effektiver ist, durch das viele Salz und Vitamin C, was im Körper umher schwirrt. Und, zum Thema Frequenztherapie wird auch noch einiges kommen, da bin ich gerade am Rumprobieren. Ich kann euch auch nochmal kurz einblenden, was ich da so aktuell, also, was ich da nutze. Hab da jetzt noch kein finales Fazit, aber, was ich so gelesen habe, klingt sehr, sehr positiv und auch sehr logisch und, ja, sinnvoll. So, das war's von diesem Video erstmal, von der Salz C-Therapie oder SC-Therapie. Mich würde es freuen, wenn du ein Feedback abgibst, wenn du deine Meinung hinterlässt, beziehungsweise, wenn du schon Erfahrungen damit gesammelt hast, wenn du schon mal davon gehört hast, von dieser Salz-Vitamin-C-Therapie oder, wenn du halt schon andere Sachen ausprobiert hast, mit speziellen Tinkturen oder Nahrungsergänzungsmitteln oder was auch immer. Das würde mich sehr interessieren, kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben oder, wenn du noch andere Fragen hast zum Thema Borreliose. Und, dann werde ich eventuell in den nächsten Videos darauf eingehen. Ansonsten bin ich erstmal raus für heute. Bis dahin, bleibt gesund und wir sehen uns wieder zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.